und heute ist wieder crazy high type angesagt weiter geht's im mine cup gut erstmal eine halbe rolle nach vorne also sprich mit dem kopf aufschlagen im modder ja gut das haben wir geschafft gucken wie viele punkte 10 9 8 ey mann alter dadurch um einigen können alle 10 nehmen können naja jetzt die gleiche noch mal rückwärts ja nein zu weit scheiße mann das war richtig schlecht ist ja mal weiter können wir ja nicht ändern gut jetzt eine rolle nach rückwärts sagt wieder zu weit war ein anderthalb rolle ist egal probieren wir gleich noch mal skip haben wir ja keine mehr gucken 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 komm eine haben wir noch oder probieren wir gleich noch mal so eine chancen haben wir noch hm das war natürlich bitter aber wir haben wenigstens schon mal ein paar punkte cool wäre wenn ich jetzt ein 30er hole nein ey so knapp alter na jetzt haben wir verkackt man shit alter der war gut aber das reicht natürlich nicht aber das reicht natürlich nicht man fuck alter end competition los einmal haben wir noch jetzt das letzte mal komm jetzt müssen wir packen komm jetzt müssen wir packen komm jetzt müssen wir packen oh ich dachte gerade vorher gespringen voll auf die kante alter alter aber der war gut der war wirklich gut naja der war scheiße naja wenigstens haben wir noch ein paar punkte abgestaubt jetzt muss ich einen richtig guten sprung hinlegen komm baby alter ja der war gut der war gut der war gut komm 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 nein 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 scheiße mal gut haben wir verkackt so eine teile haben wir auch nicht mehr wir können höchstens noch mal kurz warten das machen wir wohl ey so ein modder alter und ich habe ja dachte geschaffelt ach so ist das spiel echt cool mir macht es echt laune gehen wir mal zurück also hier gibt es noch ein paar maps wir sind wie gesagt hier im minecup manja skipping manja skipping komm öh ist wieder voll cool gehen wir auf play man so ein scheiß alter ich hätte es schon längst schaffen müssen bauch klatschen bauch klatschen ich muss noch mit dem kopf einschlagen naja ja so wieder zu weit wieder zu weit alter ich hab keinen flow im sprung so ne pisse ja das ist doch wieder zu weit gewesen sag ich doch gut, jetzt probieren wir es nochmal und dann schaffe ich es, oh Alter, die Schnauze ist langsam voll hier na, na richtig knapp, richtig knapp gut, 22, komm, jetzt muss ich ein paar mehr holen der war gut, der war gut, denke ich, oder? Mann, wieder nur so eine Scheiße, Alter das Brück 21 komm, Baby, komm ja, der war gut, der war Weltklasse, glaube ich komm, 10 yeah, Mann Klappenbesieg, geil boom, Alter, weggehaust den Fohl geile Sache endlich gut, jetzt habt ihr gesehen, wie ich den weggeklatscht habe, hat zwar noch weiter gedauert, aber hat gereicht gut, wir sehen uns im nächsten Video, ich wünsche euch, haut rein, ciao 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 ciao